Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin, Elise und Thane. Wir machen jetzt weiter den Schützenpass unsicher und versuchen noch die letzten Sachen hier abzustauben. Abgesehen von dem einen Geheimnis, was hinter den vielen Resonanz-Toren steckt. Oh, ein Bestienspeer, damit sind es schon mal 8. Es sind schon mal 6. Wow, und da sind viele von diesen Fliegelviechern. Ja, kommt runter, so. Die sind mittlerweile auch kaum ein Problem mehr. So, die kann ich einfach ein bisschen durchholzen. So, mit dem rausgesucht sieht das richtig episch aus. So, jetzt geht es hier runter wahrscheinlich, oder? Ja. Der Riesel hat schnell... äh, nachgegeben. Und hier lang wollten wir... Da ist schon mal der Reporter wieder raus. Ich schätze mal, hier gibt es wieder eine Herausforderung. Nummer wie viel? Nummer 6. Nein. Von Nummer 6 lassen wir erst mal die Finger, bis wir Nummer 4 und 5 gemacht haben. Die fehlen uns ja noch. So, einmal raus hier wieder. Noch ein Niesen erledigen. Hm, 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 hm. Mal kurz in die... äh, Mission gucken. Ah ja, wir wollen Bopo noch seinen Schnee bringen. Ah, noch ein Speer. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? Sieben. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes gucken wir im Dorf vorbei. Auch wenn uns jetzt ein Speer noch fehlt, wir können ja den einen beim Händler dort kaufen. Und mal schnellen Weg abwärts. Fidget futtert mal wieder. Okay, Schützenpass haben wir 90% entdeckt. Hm, fehlt also noch was. Wahrscheinlich, wenn wir die beiden Bereiche vollständig abgedeckt haben. Lichtung ist abgeschlossen. Der Bauernhof ist abgeschlossen. Da fehlen noch der Wald und die Höhlen. Ach, ich würde sagen, wir gucken erstmal in Aurora vorbei. Holen uns hier den Gegenstand. Äh. Wow. Au. Das war vielleicht nicht die beste Idee, so hier runter zu gehen. Oh, aber es hat uns den Levelaufstieg beschert. Machen wir Fidget mal stärker. Füllen noch ein bisschen das, was uns im Weg ist. Na, über den bin ich eigentlich einfach drüber. Oder ich boxe ihn einfach mal, komm. So. Hier hinten müsste irgendwo hoffentlich der Weg nach oben zurück sein. Ja. Jetzt wollen wir hier drüben noch mal hin. Und uns das Secret holen. Das müsste nämlich hier. Aua. Hier sein. Autsch. Und jetzt können wir eigentlich zurück. Wenn wir nicht sterben. Vorher. Aua. Ich gehe zurück, bitte. Ah, danke. Okay. So. Einfach wieder raus. So einfach geht das. Damit wäre das Zeug im Dorf auch abgeschlossen. Als nächstes können wir beim Händler hier schnell den einen fehlenden Speer kaufen und das die Mission auch gleich abgeben. Hallo. Ich habe das beste. Ja, wissen wir alles. Einen Speer bitte. Danke. Und dann auf zum Questgeber. Hallo Bürgermeister. Du hast uns nichts Neues mehr zu sagen. Hier, Quest. Hier sind die Materialien, die du gefragt hast. Hier sind die Materialien, die du gefragt hast. Hier ist dein Payment. Wenn du willst, dann könnte ich... Hier ist ein rare Material, das ich gehört habe, kann in einem sehr starken Lacquer für Armour sein. Aha. Of course, I'm talking about slime. If you could bring me four slime spikes and four slime coats, I'll pay... Okay. Wir brauchen... Schleimig. Vier schleimige Dornen und vier schleimige Mäntel. Schleimiger Dorn, schleimiger Mantel fehlt uns ein einziger. Oh, den haben wir noch nicht mal katalogisiert, sehe ich gerade. Hm. Sollten wir gleich mal nachholen gehen. Und dann hoffen, dass wir neue kaufen können. Ja, Verkaufsmodus. Schleim. So, jetzt haben wir 40 Sachen. Eins, zwei, drei. Mal eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Also mal dreizehn, drei mal dreizehn sind... Ja, neununddreißig, ja, sind vierzig, okay. Können wir auch gleich was vor dem schleimigen Mantel kaufen? Ja, ein... Ein einzigen, super. Hat sie ja voll gebracht. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber in den Wald. Ah ja. Ne, halt in die Höhlen. Wollen wir als nächstes? Weil hier sind auch noch einige Sachen zu holen. Hier sind wir sogar noch nicht mal ganz fertig geworden. Obwohl, ne, die Höhlen machen wir als letztes. Wir machen erst den Wald. Hier unten gibt's noch Zeug. Hier gibt's noch Sachen. Da geht's hoch. Also fangen wir hier an. Vielleicht haben wir Glück und kriegen auch den Schleim, den wir brauchen. Einfach so. Hier von den schleimigen Gegnern. Auf jeden Fall ist es lustig, sich einfach mal so durch ein paar Imps zu prübeln. Oder wie die Viecher auch nochmal heißen. Und durch diese komischen Barbarenviecher hier gibt's noch nicht viel Erfahrung. Aber wie ist es lustig. Einfach durch. Ich glaub, hier bin ich falsch. Ich muss oben lang, oder? Hier hab ich jetzt oben lang gemusst. Dann wieder zurück den Weg. Dass Fidget nicht einversichtlich ist, dass wir jetzt auch fliegen können, sozusagen. So, einfach hiervon. Hallo, Händler. Und hier brauchen wir auch mit nichts. So. Weiter geht's. Hier wollen wir runter. So. Einfach hier nach unten. Genau. Hier kommen wir nicht weiter. Nämlich so. Äh, ja. Wie auch immer. Da ist der Rückweg. Okay. Dann war das hier schon mal falsch. Sondern wir müssen wohl hier runter irgendwo. So. Der Riese ist auch kein Problem mehr für uns. Oder wir müssen eins weiter. Ähm. Weg mit euch. Wir müssen hier nach unten. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Auch gut möglich. Hallo Schleim. Gibt's uns Mantel? Nö. So. Noch ein paar Gegner durch. So gibst du es einem Schleim-Mantel. Mantel so. Äh. Ja. Au. Ja. Da unten würde ich gerne lang. Au. Aber erst mal gucken wir nach oben. Wow. Das ist heftig. Heftiger Winter. Eine Truhe. In der was? Ein Stein der Wiedergeburt drin war. Und. Was denn noch? Ein warmer Pullover. Hat sich ja jetzt voll gelohnt. So. Genau. Hier wollen wir durch. Noch mehr Schleim-Mantel. So. Noch ein Schleim. Noch ein Schleim-Mantel. Jetzt haben wir mehr als wir brauchen. Und hier müssten wir jetzt nach unten kommen. Jawohl. Und wir haben irgendwie ein Problem. Das Spiel hat gerade irgendwie einen Absturz. Äh. Wo war der letzte Ladepunkt? Der war hier. Okay. Alles nochmal machen. Deswegen schneide ich das kurz raus. Also bis gleich. So. Da sind wir wieder. An der Stelle. Wo wir. Äh. Wo wir vorhin das Spiel gerade ein bisschen gepackt hat. Ich hab's noch mal ausprobiert. Und dabei ist es wieder grün geworden. Deswegen hab ich jetzt das Spiel nochmal neu gestartet. Um mal zu gucken. Ob's diesmal geht. Diesmal scheint es zu gehen. So. Dann gucken wir. Der liegt deswegen erst einmal hier unten weiter. Was hier unten ist. Außer einem Riesen. Da müssen wir wohl irgendwie hoch. Und diese Blitzquallen loswerden vorher. So. Au. Na ihr wart auch mal stärker. Wird macht Fidget immer noch stumm. Obwohl das gar nicht mal so schlimm ist. Oh. Käfig. Wen haben wir denn diesmal hier drin? Und? Noch so eine Ente. Die hatten wir doch schon mal. So. Jetzt gehen wir hier wieder nach oben. Müssten da noch was finden. Hier genau. Ups. Äh. Ja hier sollte noch irgendwo irgendwas sein. Wenn nicht hier unten. Dann wahrscheinlich da oben. Wollte ich mal schätzen. Habt ihr hier noch irgendwas versteckt? Ja wahrscheinlich auf der anderen Seite da. Nein hier ist nur der Weg zurück. Wo ist hier noch was? Das will ich jetzt noch schnell finden. Bevor ich dann mich wieder auf den Speicherpunkt mache. Hm. Äh. Hier vielleicht. Irgendwas. Das hier sieht nämlich verdächtig aus. Nein hier ist aber nichts. Da hoch kommen wir auch nirgendwo weiter. Hier drüben ist auch nichts. Oder? Nö. Hm. Ganz ehrlich, das verwirrt mich jetzt. Irgendwo hier muss noch was sein. Aber nicht hier. So weg mit dir, dass du mich nicht mehr nervst. Hier unten ist ja nichts mehr. Nein. Da drüben war nichts. Ja. Hm. Weg mit dir. Kurz Autosave. Nee wisst ihr was, dann denke ich mal, sehe ich das, was hier noch fehlt, einfach mal offscreen. Und sage euch dann einfach in der nächsten Folge Bescheid. Oh, hier könnte doch was sein. Aber hier ist nichts. Also. Bis zur nächsten Folge. Danke.